ich wüsste gar nicht wie ich da rankomme holt sich eh so ein profi der dritte und schnell hier die deckung nutzen er wird sich die krone greifen todesmutig und hat jemand die krone gegriffen kann nur eine gewinn fieber hat gewonnen graduationen fifa und auch ihn hat zwischendurch so genug für heute. Gibt's da irgendwie noch was? Ne. Genug für heute. Fallgas? Was war das? Oh, da hab ich einen angestupst. Ich bin zu früh gesprungen. Mal springt man zu früh, mal springt man zu spät. Warum sind wir ziemlich spät springen? Zu spät. Kann ich irgendwie vielleicht... Hab ich so mehr Übersicht? Na, die Kamera doch eher so. Und das geht so, bis ich genügend Qualitätssinn brauche ich ja nur noch sechs. Also toll, die Dinger, da wir nicht berühren, das sind so ein Bumper wie beim Flipper. Das geht wohl nicht mehr. Doch, hat noch geklappt. Und jetzt hier. Was ist eigentlich, wenn man hier Gas gibt und dran vorbeispringen? Geht nämlich. Oh, also da muss man den Bumpern aufhafassen. Und jetzt hier auch das Ding. Ich hab mich qualifiziert. Ich hab mich qualifiziert. Wer hätte das gedacht? So viel, wie ich da rumgemacht hab. So viel, wie ich da rumgemacht hab. Weiß nicht, wo der, der Dings-Knopf ist, ne? Aber läuft immer nur gerade aus und ich will, dass die runterfallen. Hüpf doch mal. Naja, in zwölf Sekunden ist es eh vorbei. Da hat da einer eine KI trainiert und da funktioniert es nicht ganz normal laufen, ohne springen. Das versucht jetzt immer wieder zu wiederholen, weil er falsch trainiert ist. Weil ein Mensch war das nicht, oder? Okay, damit hatten mehrere eine Schwierigkeit. Das ist eine Schwierigkeit, viele Schwierigkeiten. Und als nächstes folgt... Sprung-Club. Spring über die Drehbalken und fall nicht in den Schleim. Der Schleim ist nicht ein Freund. Okay... Welche Richtung dreht sich das? Ach, in die. Ich werde recht, und wenn wir los. Warum laufen die in die Richtung? Geht doch mal weg. Versuche einfach hier hinter dem... dem grünen zu bleiben. er läuft halt in die falsche richtung jetzt sehe ich gerade nichts mehr ausgeschieden tja war wohl die falsche strategie die anderen sind aber stehen geblieben immer noch eine runde der kreise renne zur linie überwinde die hindernisse warte auf spieler warte auf das programm auch das sieht aber nicht einfach aus und wir sind durch die gegend gegangen ach so wir müssen erst auf das auf das gelbe damit immer aufs andere versuchen wir mal zu vermeiden was ist denn das da für ein hotdog ok muss ich springen oh da hat es mich irgendwie gehauen oh leidlich oh leidlich ich bin sogar vierter geworden den knallt auch ganz schön durch die gegend ist auch neuling ich weiß nicht bin ich eigentlich auch noch neuling oh 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 so neu kann der gar nicht sein weil er das ist gemein weil er hat ja schon irgendwie die doppelfarbe punk armband schon umhergewirbelt kann man dennoch angucken x-quale hat irgendwie auch schwierigkeiten 41 übrig und als nächstes folgt und zum schluss muss man nochmal springen ach ja das war ja das gemeine und da dann nicht richtige tür hast übrigens da kann ich es noch drüber schaffen jetzt die mittel im kurzen halt nähe links ist gut und da müsste ich eigentlich jetzt auch mal irgendwie ein bisschen das muss passen das ist halt auch viel von glück abhängig und schon zu Ende und als nächstes folgt hindernis rennen und los geht's wie soll ich denn da überhaupt drauf kommen wenn das so blitschig ist da oben nicht ich nehme den hier tap 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 ey hat mich doch irgendjemand mich runter gestoßen und 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 Das kann man mal kurz spielen, aber irgendwie nicht stundenlang. Irgendwie zu, naja immer dasselbe. Langweilig würde ich jetzt nicht sagen. Eintönig. Ich glaube eintönig ist das richtige Wort. Und mal wieder die Wippen. Werder 1 Punkt. Da hätte auch Werder Erster schreiben können, oder? Ah, ok. Eine Bananensachdose. Ich glaube. Ich glaube. Na, 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 wird das noch was hier? Na, was wartest du denn da? Dritter sogar, na eigentlich vierter, der hat ja da rum gewartet. Wie sieht der denn aus? Komischen Helm auf Tschüss Der sieht ja auch aus Tanzen auch ne Runde hier Die tanzen eine Runde Die tanzen eine Runde Ja sie tanzen eine Runde Jetzt tanzen auch schon zwei Pärchen Das sind die Profis die kennen die Specimen Moves Ne die haben ja noch Zeit bis 42 No Weißt du nicht mit einer Karte Du bist das Du bist ein Pärchen Du bist ein Pärchen Die durch deine Pärchen Was ist denn er? Gruppe öffnen. Einladen, einladen, einladen. Chat beitreten. Mhm. Keine Ahnung. Welche machen wir mal spielen? Soloshow. Könnt ihr eigentlich auch seit Anfang an anzeigen. Und von wegen, was weiß ich, 10, 20, 30, 40, 50, 60 Spieler. Anstatt nur kurz vorher. Frostige Hindernisse. Gold wäre der erste. Silber unter den besten 20. Bronze unter den besten 50. Der Tundra-Lauf. So, so. Wir laufen also eine Da lang. Und dann da lang. Und dann da lang. Sieht ein bisschen aus wie Ninja Warriors. Für virtuelle Gummiewesen. So, wo ist denn der Fall? Wo bin ich? Ich spiele aber mit, oder? Immer wenn du jemanden anders irgendwie berührst, heißt das, der macht so ein Brrrrp und du bist langsamer. Ich seh mich gar nicht mehr. Ich seh mich gar nicht mehr. Das glaube ich nicht, letzter. nicht. Autschie. Nüt. gut den schmutzern aus aber was sie wird schon mal runter sie gibt dann noch so schönes ventilator ich hab mich leider nicht qualifiziert macht nix jetzt kann ich anderen zuschauen oder ja komm auch ja nicht willst du uns auch dann zuzuschauen deine ballon abholen ja für selber spiel das ist samstag nachmittag da sind natürlich die guten unterwegs na du spielst aber schlecht ja das ist immer relativ zu den anderen wenn ich schlecht bin sind die anderen gut und wenn die anderen alle schlecht sind dann steche ich auf einmal als gut heraus obwohl ich eigentlich schlecht bin kommen wir mal drauf an die show beginnt in 8 sekunden 5 4 3 2 1 0 es geht los ne muss noch mal bisschen laden ach die wippen die hatte ich schon mal das ist eine die 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 Vielen Dank.